Wird Queckmeier in Korea bleiben? Wird Peter einen neuen Freund finden? Erfahren Sie mehr nach diesem Werbespot, von dem Aston Kutscher dachte, dass er nicht wo sonst auf der Welt zu sehen sein wird. Hi, ich bin Aston Kutscher. Haben Sie jemals unter Alkoholeinfluss einen Hund überfahren und sind dann verärgert gewesen, weil es keine Möglichkeit gab, ihn auf der restlichen Heimfahrt auf dem Motor zu braten? Dafür gibt es eine Lösung. Sie heißt Dr. Lee's Motor Haustierkochbeutel. Sie müssen den Hund da reinpacken. Dann platzieren Sie ihn auf dem Motorblock und überschreiten die Geschwindigkeitsbegrenzung um die üblichen 30 Stundenkilometer. Mh, wow, wow.